Alles, was Sie wissen, könnte mir helfen, den Infektionsherd zu neutralisieren. Was ist passiert? Nicht öffnen! Wir werden sonst alles infizieren! Aufgebaut ist es hier wie ein normaler Minenschacht. Aber weiter unten werden Sie sehen, was hier wirklich geschaffen wurde. Diese Lebensform ist der Wissenschaft völlig unbekannt. Das ist das Ende der Menschheit. Das ist das Ende der Menschheit.